Könnten wir machen Ja, das ist der Plan, das wäre ein neues Erkenntnis Okay, hier ist auch so impidiert, schämt, ne? Weil wir wollen natürlich nicht geiern Davon ist eigentlich ganz nice, ne? Aber nicht dabei, wo es der Knopf ist, guck mal, alles gut Für wen ist der Keller? Eigentlich für die Kinder Eigentlich wollen wir hier Kinder, eigentlich wollen wir... Mann, warum ist unser ganz... Ich muss auch einen Techniker rufen Warum ist unser ganzes Haus kaputt? Eigentlich ist das dafür da, äh, Kinder umzubringen Ja Es ist dafür da, Kinder umzubringen Punkt Alter, wirklich, ist hier alles kaputt So 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 Karriere Am Arbeitsamt zu illustrieren, mach ich mal Irgendwie lauten meine Jobtitel Gar nicht, hm, hm So Ich hab, Jungs, 300 Follower Specials, 300 Abospecials Ich erzähle bald gleich einfach mehr als ich auch, als ich in real life hab Bisschen unangenehm Stimmt, Gemälde Linda, du bist unsere Künstlerin Nein, 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 nicht im Event platzieren Stimmt, wir sind zu arm, wir können, wir können, wir können nicht ermählen, wir haben nicht genug Geld dafür alles gut denn da ist nichts ist es passiert aus dass wirklich alles bei uns kaputt ist du machst du musst du musst das bitte alles reparieren also wirklich ernsthaft ich glaube es sind wirklich zu viele leute ich glaube wir müssen wirklich ein paar umbringen also jetzt geht es ganz ernsthaft weil ich komm sonst können wir uns nicht mit einem beschäftigen also ich bin wirklich mal überlegen ob ich jetzt bei der auto umbringen also jetzt also ganz lernen dann mal ehrlich welches level ist linda im mannigfalt mannigfalt mal eine feiligkeit ja wenn du geld hast lasse malen joke irgendwann machst du hast du 400 bis 2000 pro bild und dann halt 30 sims 30 30 sims eine minute einbild ne ich weiß schon hast du wirklich ein scheißhaus ich bin auch überlegen ob wir drache und jonas umbringen also am ehesten drache ne und ich bin ehrlich ich will ja ich will ja jetzt hier nichts sagen aber ich werde jetzt einen pool ist zensiert einfach durch die wand seht ihr das ist zensiert durch die wand wir witschen denn überhaupt gerade wer ist denn das bin das ich nein das ist äh wer ist denn das drache ne wer ist denn das jonas so also folgenden weg hätte ich jetzt nein es gibt zwei kinder also ich hätte jetzt folgenden plan warte mal stimmt das machen wir das machen wir paul hi dann machen wir noch ein gutes paar sekunde aber wer wird das sein es geht sich denn nämlich aus ne marlon und jonas hätte ich gesagt marlon und jonas und drache brevi um das machen wir jonas jonas ne du bist darin bursche wir wollen mit jonas dache ich bringe mich tatsächlich ganz bald um wo ist denn jonas jonas wo bist du jonas jonas alle dusch gerade aqua schönern ne romantisch können wir noch nicht wahrscheinlich erst ne geschichte erzählen so und dann ja wir gleich in den pool reinhasseln wenn ihr versteht ja interessen reden ja rumblölen denn lernen so und jetzt wird der in den pool rein gehaschelt ja warum ein schwules paar weil wir jetzt schon zwei also ich bin mit kipp linda ist mit kokos keks dank für den voller der gut black und dann und dann könnten schwules machen wir dann das ist eine gute idee keine schaden das ist eine gute idee wendel ist ohne gute antwort aber wir müssen jetzt erstmal wir müssen jetzt erstmal wie immer umbringen wir müssen nehmt ab wir müssen Abstieg von drachenbursche nehmen heißt das wir können es uns nicht leisten abstieg von drachenbursche zu nehmen das ganze verzögert sich ich muss mal ganz kurz etwas schnell machen ich gebe wieder an bitte die kunde äh lass unser kind panda nennen der kinder ist einfach panda digga und ich matti äh was was habe ich ich glaube ich habe irgendwas falsch gemacht ich lese nochmal dazu ich weiß ich weiß was ja ich spüre ein bisschen vor bis wir geld haben dann dann trecken wir kurz drachenbursche und dann hoffentlich kommt die geburt heute noch ne we dream we hope we pray for better than oh warte mal war da grad die geburt ich hatte er spielt nein kip ich hab's dir gleich getan ich hab's dir gleich getan kip nein nein kip ich brenne immer noch leute helft mir kinderarbeit was ich habe kinderarbeit gelesen ne ach stimmt wir müssen wir müssen mal strom bezahlen und so ne imagine man sieht halt echt man sieht halt einfach kaum dass ich verbrannt bin ne und wir stinken uns erstmal geht es eigentlich an geile die aber wirklich wie jeder stinkt im haushalt ne und halt arg widerlich ne ich nehme hier unten mal schnell duschen ja zwei seelen verwandte ne so oh god ja deine mom hat tatsächlich zugelegt die ist gut über den winter gekommen möchte ich sagen aber das bedeutet dass es bald so sein sobald so weit sein wird hoffe ich oh jungs wir können es uns leisten jetzt nehmen wir abschied von drachen bursche sprechen noch seinen letzten wünden seinen letzten willen müssen wir es noch aussprechen lassen er weiß noch nicht weil jungs wir haben jetzt glaube ich fünf leute haben wir glaube ich schon sterben lassen und er wird jetzt nichts ahnen er wird nichts ahnen guck dich an wie heftig er nichts ahnt tut mir leid können wir es jetzt machen nein echt nur wegen dir ne das dauert ein bisschen aber es ist es ist es so es sollte nicht mehr lange dauern also ich meine sie sie hat ja schon zugelegt noch relativ ordentlich ne so scheiße ganz knapp nicht genug geld dann verkaufe ich dir verkaufe ich dir noch schnell irgendwas ich könnte ne wand verkaufen so jetzt kann ich die wand jetzt kann ich mir die wand leisten wirst dieses andere ertränkt so und jetzt lassen wir es schnell laufen damit kipp endlich kipp wo bist du hier kipp hat sich schon wieder eingepinkelt mit jalla wann hör das auf dritten wie viele sind das wie viele hat man das ist das dritte ich weiß nicht ich bin da nicht ich bin da nicht sogar profi ich hab das schon wieder eingepinkelt echt eklig 3 ach scheiße das habe ich vergessen das habe ich vergessen Entschuldigung das habe ich vergessen mit dem Song Entschuldigung das habe ich vergessen das habe ich vergessen sorry das habe ich vergessen Entschuldigung kannst du mir verzeihen das habe ich das das habe ich wirklich vergessen Malte Mob oh ne der ist tot stimmt gemälde und dann heiratsantrag aber wir haben wie immer nicht genug Geld aber wir können kurz hier einen heiratsantrag machen ich bin hier die legende des jahrzehnts und dann nichts Entschuldigung ich wir machen das noch wir machen das noch wir machen das noch ok ich verspricht es Nein wir wir wollen jetzt erstmal Kurskis du brichst jetzt ab wir machen jetzt hier einen heiratsantrag Ist das super unromantisch? Egal so Kurskis hoffen zu pumpen Nein er ist tot Jungs Nein Wartet Traurige Musik die nicht traurig ist aber wir müssen uns mit ihm verabschieden Leute es ist vorbei oh nein du armer Drachenbursche oh nein es ist vorbei Jalageng ja ok hören wir auf damit das wäre echt unangenehm Egal so ich muss echt ich muss mir echt ein Streamlay kaufen ne also wisst ihr dann könnt ihr das halt super easy einblenden ne rest in peace we will miss you NIEMANT WOULD DIE VERMISSEN KEINER WUT ANNI DENKEN erst einfach JETSCHEN aus unserem Gedächtnis verspricht ich werde nicht auf dem ich werde nicht auf dem